Monster-Abende habt ihr uns geschenkt, hier vor dem Fernsehen, mit der ganzen Truppe zusammen geguckt. Viel Angstschweiß, aber unglaubliche Leistung. Wahnsinnig, wahnsinnig geil. Natürlich sind wir alle wieder zusammen beim Endspiel. Natürlich sind wir alle zusammen, drücken nur die Daumen. Das, was ihr dort abgerissen habt, ist einfach ohne Worte. Das kann man nur fühlen. Wir sind so irrsinnig stolz. Die ganze Eintracht-Familie ist hinter euch, hinter dieser wahnsinnigen Nationalmannschaft, eure Trainerin und dem gesamten Team. Toi, toi, toi aus Frankfurt. Rockt das Ding, reißt es ab, zeigt den Engländerinnen Kante. Wir stehen hinter euch.